In der Ausgangsposition sind Körper und Arme gestreckt. Die Schultern befinden sich über der Reckstange. Die Beine werden nach vorne schwungen, die Arme dabei gebeugt. Die Beine schwingen zurück in die Rückschwung-Position, die Arme werden gestreckt. Der Blick ist Richtung Boden gerichtet. Die Schultern befinden sich über der Reckstange. Die Oberschenkel werden aktiv zur Stange gebracht. Der Blick ist Richtung Füße. Die Schultern werden schnell kräftig nach hinten verlagert. Die Hände drehen und der Körper rotiert um die Stange. In der Waagerechten wird der Körper aufgerichtet, gegebenenfalls der Kopf gehoben und dadurch abgebremst. Der Körper kommt in der gestreckten Position wieder an. aciónvene in der Wälder In der Waage Turmer